Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren After Effects Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man sehr schnell eine Kamera animieren kann, indem man die Kamera dieses Wort zeigen lässt und dann dieses Wort zeigen lässt und dieses Wort. Da gibt es einen schönen Trick. Ich habe jetzt hier eine 2-Punkt-Kamera erstellt, habe schon Keyframes gesetzt, um das zu animieren. Ja, und jetzt wähle ich mal das erste Wort aus, nämlich After. Ich wähle After aus und jetzt soll mir die Kamera dieses Wort möglichst nah anzeigen. Deswegen gibt es hier eine Möglichkeit. Ausgewählte Ebene anzeigen in diesem 3D-Raum, okay. Wahlweise auch mit Alt, Shift, Steuerung und Raute. Und da ist dieses Wort. Und mit dem Kameratool C kann ich ein bisschen rausgehen hier, damit es nicht ganz so nah ist. Ja, jetzt gehe ich einfach einen Schritt weiter, ein paar Sekunden. Wieder das nächste Wort, nämlich Effects. Auch hier wieder Shift, Alt, Steuerung und Raute. Da ist das Wort. Mit dem C-Werkzeug, Kamerawerkzeug gehe ich auch hier ein bisschen zurück. Gehe noch einen Schritt weiter, wähle dann Tutorial aus. Kann wieder meinen Menüpunkt nehmen oder wahlweise den Shortcut. Da ist er schon. Mit diesem Kamerawerkzeug hier oben, das ich schon ausgewählt habe, gehe ich wieder ein bisschen zurück. So, und schon ist das hier animiert, okay. Ist eine super Möglichkeit, ganz schnell solche Animationen zu basteln, indem man die Kamera einfach frontal auf diese 3D-Ebene drauf zeigen lassen kann. Das war mein kurzes Video für heute und wenn eure Kamera amok läuft, könnt ihr zwischendurch auch mal die Kamera, die 3D-Ansicht zurücksetzen, okay. Das war mein kurzes Video für heute zum Thema After Effects. Wenn ihr was damit anfangen könnt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und tschüss, bis zum nächsten Video.